So, eine Runde Basilien-Samba mit 20 plus 10 macht der Kollege. Guck mal, geht direkt mit 16 los. Ist schon ein Top-Gewinn. Müsst schon ein Mini-Win kommen oder sowas, wenn auch mal was. Und? Schön. Gleich wieder. Schön. Ich drück dir die Daumen an. Tschüss. Schade, das ist ja das andere nicht geil. Standard-Serie wieder. Schade. Leider ja. Schade. So, was mache ich denn nochmal für eine Runde? Ich wäre für... Ach, fangen wir mal an. Red Devil mal nochmal an. Das tut sich schon viel. Also der Merkukasten läuft echt der. Ist der Sahne? Und? Na, schade. Hier kommen keine Gewinner. Nichts. Und? Und? Ja, und dann lässt er die noch durchlaufen. Oh, was hast du noch? Oh, ich habe auch. Das hat es ja gebracht. 1,20 Euro bei mir oder hier? 15 Euro. Ja, 15 Euro. 15 Euro. 15 Euro. 15 Euro. 15 Euro. Die haben dich gerade abgesprochen, du kriegst Mega-Win und bei mir kommen drei Skattern. Und dann noch mit dem Hübsymbol. Und dann noch mit dem Hübsymbol. Jetzt ist es natürlich nur noch bis jetzt. Bitte, bitte, bitte. Oh Mann. Nicht mal ein Bickman. 1,90. Ich wechsle die aus Prima. Binärspiel könnte ich mal wieder machen. 1,0. 1,0,1. Oh, einen drüber bei dir. Da ist er. Guck dir das an. Aber 9 Euro. Mehr als ich erwartet hätte. Oh, du hast mal Spiele. Auf 60 Cent. Das kann ja mal was geben. Ich hoffe. Oh, er hätte nicht dort noch eine Verlinderung gegeben. Oh, okay. Es geht los. Alle Mann festhalten. Nicht vom Stuhl in den Kippen vor. Vor Überraschung ist perfekt gleich. Jetzt macht er das Hauptsymbol. Jetzt macht er das Hauptsymbol. Nicht, dass ich recht behalten wollte. Und? Ja, jetzt noch hinten. Komm, hinten. Komm, hinten. Okay, schön. Okay, schön. So, ja. Den Daumen den sieht keiner. Du musst vor die Kamera. Ich mach's für dich mal. Ja, der läuft gut. Das hab ich dir auch noch ein bisschen Geld übrig gelassen. Sehr gut. Du kannst dir wieder ein Ticket nach Hause kaufen. Nach Hamburg. So, komm ein jetzt. Komm ein jetzt. Aber trotzdem, schöne Serie. 40 oder 80 kannst du in Rot drücken, ne? In Rot. 40 oder 80. Du kannst auch noch mal drücken. Das ist vielleicht 80. So, mal gucken, was mein Kasten denn hier noch von sich fügt. Ganze 60 Cent. Was hast du? Zwei Glocken. Doppelglocken. Auf Mystery. Und wieder. Oh, sieben. Aber nur eine. Nur eine. Und was ist, wenn bei dem Mystery dann der Totenkopf käme? Das wär doch mal Assi. Oh, da. Achtung. Und. Hepp, hepp. Oh, guck mal wie viele. Guck mal wie viele. Schön, schön, schön. Und macht nicht voll. Er macht nicht voll. Allerdings. Turbo. 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 Ja, schon tot. Na, dann macht er. Doppelstieg. So, machen wir noch mal einen kleinen Break. Bis gleich. Und weiter geht's. Wie spät haben wir eigentlich? Achso, da oben ist ein OSC. Da oben im Bildschirm. Ich muss ja noch gleich. 2045. Ein bisschen was machen. So, muss man gerade.